Wir sind hier in unserer Winothek, die gibt es in dieser Form erst seit 2009. Vorher waren wir in Rheiner Großhandel, das heißt wir haben ausschließlich an Gastronomie, Hotels, kleinere Weinhandlungen vertrieben. 2009 wurde das Gebäude umgebaut und dabei diese Winothek mit impliziert. Hat damals auch gleich den Red Dot erlaubt bekommen übrigens, also diesen Designpreis. Also weil man merkt hier eben, dass die Frau Volker doch sehr designorientiert ist und auch ihr sein Anliegen war das Ganze hier eben auch sehr wertig zu gestalten. Und richten zu lassen, so dass wir einfach wirklich ganz schöne Sachen, da haben wir auch diesen Spucknapf, fast so despektierlich für dieses edle Gebilde. Und ja, von daher haben wir hier einen wunderschönen Raum, wo wir unsere Weine präsentieren können. Wir haben anfangs auch mit Bistro mit dabei. Das wir heute jetzt für Arbeits... Ja, heute als Vorbereitungsraum, aber sonst eben als Seminarraum auch verwenden und hier Seminare rund um alle mit Wein möglichen Themen veranstalten. Hier sind wir im Kellergeschoss unseres Lagers. Wir haben bei uns in der Weinhandlung circa 950 unterschiedliche Weine und Sekte. Unser Ziel ist zwar nicht, Weine zu lagern, sondern eigentlich zu verkaufen. Aber bei 550 Kunden braucht man doch ein gewisses Lager, um eben entsprechend immer richtig bedienen und beliefern zu können. Wir haben hier in unserem Sortiment circa 35% deutsche Weine, 35% italienische Weine. Je 10 verteilen sich auf Österreich und Frankreich und der Rest dann ein bisschen auf Spanien und die neue Welt. Wir haben ein sehr, sehr breit und tief gestaffeltes Programm. Das Programm fängt an mit Kochwein und teils auch Fässern, die in den Münchner Traditionshäusern oder Biergärten auch über die Schankanlagen für Schorle ausgeschenkt werden. Bis hoch eben zu klassifizierten Gewächsen aus dem Bordeaux oder den großen Gewächsen aus Deutschland. Hier in diesem Raum haben wir Weine aus dem Bordeaux und andere etwas höherwertige Weine, die wir zum Teil speziell für unser Dreisterne-Restaurant im Bayerischen Hof, für das Atelier besorgen, aber natürlich auch unseren anderen Kunden gerne anbieten. Die Weinhandlung die Brüder Volkert besteht ja seit 1903 und wir haben tatsächlich Partner, mit denen wir auch heute noch zusammenarbeiten, die fast seit der Anfangszeit mit dabei sind. Dazu gehören zum Beispiel aus Deidesheim in der Pfalz das Weingut von Winning und das Weingut Reichsrat von Puhl, mit denen wir beiden aus diesem Anlass auch vor vier Jahren begonnen haben, wieder Sonderabfüllungen für die Weinkellerei Gebrüder Volkert zu machen. In kleinen Auflagen, die es eben nur 500 oder 700 Flassen im Jahr gibt und die auch nur bei uns dann erhältlich sind. Was ist die Weingut von Winning?